und wir haben ein paar von den erledigen das ist immer ganz wichtig So. Da war der Rad. Bei ihm hier. Okay, weg. Weg, 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 weg. Haben wir auch ein bisschen gemacht hier. So. Okay, das heißt wir müssen da mit Katapulten und so rein. Da müssen wir... Ja sowas basteln, ja genau. Weil da haben wir nämlich zusätzliche... Wir haben natürlich ordentlich verloren hier, keine Frage. Aber naja, wir haben trotzdem ein bisschen aufgeräumt. Der ist der nächste, den ich mal erledige. Weil natürlich... Oh, wir werden aber lange am übel hier. Eine riesige Basis ist das. Eine riesige Basis. So. Okay, okay. Haben wir auch nicht jemanden zu Fehlern lassen. Und hm. Ähm. Ja, woher tut's hier richtig? So. Wie gesagt. Mit Katapulten... Können wir uns erstmal... Dahin begeben. Wir werden uns hin... Na gut, das ist nur noch eine kleine Stör-Truppe. Hä? Die wollen wir auch mal auspionieren. Unsere Ständer werden angegriffen. Okay. Leid mehr mal. Ja, wir werden uns trotzdem erstmal zurückziehen. Und uns da mal wieder heilen. Nicht mehr viel übrig geblieben von unserer Gruppe. Aber naja, haben sie ein bisschen geärgert. So, komm her. So. Okay, da sind jetzt unsere Katapulte. Die brauchen die letzten Augenkleiner mit ein. So. Okay. Da haben wir nicht viel... Da können wir nicht viel machen hier im Grunde. Können wir nur warten, bis wir wieder vollzählig sind. Da können nur noch... Drei übrig geblieben. Ja, so kann's gehen. Ja, ist halt so. Na gut, bis wir vier übrig geblieben. Haben wir nur einen zweiten oder zu, aber... Na ja. So ein Monster Bar ist auf jeden Fall da unten. Das heißt, sie brauchen nur starkes Zeug. Das ist dann unsere Gruppe 3. Ähm, ja. So, lass uns mal heilen. Ihr könnt ja auch schon mal da hin. Ihr könnt ja auch schon mal da hin. Wir machen jetzt das gemeinsam. So, was schneller, die Trolle, als die Katapulte. Interessant. Ich bin wirklich Burgfried, ja. Da werden wir uns mal drum kümmern. Auf jeden Fall haben wir da ordentlich zugeschlagen, würde ich meinen. So, ob man das wieder aufbaut alles. Ich bin gespannt. Und... So, noch weitere Leute. Da. Doch, da leidet ich schneller, diese Trolle. Als die Katapulte, aber... Naja. Ich bin noch... Ich bin noch... Ich bin noch eins hier, was da mit... Mit... Mitfahren kann. Mit... Machen kann. Los. Wie's passt. Okay. Der fährt auch da jetzt hin, hoffentlich. Auf den richtigen Weg. Macht euch so. So. Okay. Okay. Es gibt immer noch welche, ey. Können wir komplett wieder beleben. Erweiterung abgeschlossen, Meister. Ja. Aber... Es läuft eigentlich trotzdem ganz gut. Jetzt, hörmann. Hab eben ein bisschen extra, quasi. Kann ruhig sagen. Mit kalkuliert, dass ich das alles verliere. Als ich die Stellung müssen gehalten habe dort. War ein bisschen, so gesehen, beabsichtigt sogar. Gern, wenn man es noch betrachten möchte. Sag das nur. Zum Feuern bereiten. Wo sollen wir hin? Ach du, ja. Das ist ja... Ja. Kann man ja noch welche machen, ne? Noch mal auf vier Stück. Eine ganze Gruppe an Katapulten. Das ist so übel. Ja. Ja, machen wir das mal. Da haben wir doch nichts mehr dazu zu forschen, ne? Wir haben hier alles gemacht. Titan Stärke. Erhöht das Scharpunenstärke von Trollen, Urgein und Manticores. Eisenhaut. Jo. Wenn so ist... Gefluchte Klinge. Das Scharpunenstärke von Kriegern, Berserkern, Goblin, Jigarschreiter und Harpien. Und Rüstung natürlich auch nochmal. Ja, brauchen wir uns gerade gar nicht, wenn man genau betrachtet, aber... Na ja. 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 Wieder alle geheilt. Okay. Nein. Das ist Gruppe 1. Jetzt habe ich Gruppe 2 auf dieselben gelegt. Na ja. Seid mal. So. Haben wir nochmal 10? Oder dann sieht das fehlen mir ja 5, ja? Bei... Da ist ja Gruppe 1. Gruppe 2 haben wir jetzt gar nicht. Sind ja auch alle hier. Also passt das zu. Haben wir dort dann... Entsprechend... Ja. 10 Stück. Und noch einen. So. So. Dann können wir gleich weitermachen mit dem nächsten Angriff. So. Cool. Nehmen wir da wirklich noch 4 Katapulte mit? Na ja, warum nicht? Dafür brauchen wir mehr Gold. Brauchen wir mehr Gold? Brauchen wir mehr Gold? Äh. Ich habe auch gar kein Gold mehr rein. Doch. Klar ich habe Gold rein. Aber nicht viel. Ah. Passt schon. Mach jetzt so. Also. Prost. Okay. Alles Paletti. Ja. Ach, mein längstes Spiel ist das ja hier. Ist zwar nicht die längste Folge. Ich glaube, wir haben auch ja Folge 100 vielleicht. So schon. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ist trotzdem mein längstes Spiel, auch wenn es nicht die längste Anzahl der Folgen ist. Ähm. Weil... Ja. Ich halt die Folgen länger gemacht habe. Maffe wird es wahrscheinlich die Folge 200 oder so werden. Kann nur... Könnte nur das passieren. Wenn man ehrlich ist. Aber ist es nun mal nicht. Es ist nur Folge 101 oder so. Ich weiß nicht. Hier war wieder Meinstein. Langes Projekt. Aber hat mir bisher eigentlich ganz gut gefallen. Hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen das Spiel. Da hat er damals mal Ake von gespielt. Weil noch wer weiß. Es ist ein ganz mieses Display. Äh. Gibt es übrigens auch immer noch zu gucken. Äh. Äh. Das ging ja... War auch... War etwas kürzer. Aber... Das habe ich am Ende ja wirklich... Ah. Mich... Gezwungen zum Ende zu kommen. Hassanis 14 lang. Nur das Spiel ist ganz nett eigentlich. Mit 3 Kampagnen. Ist doch gespannt. Kann mich eigentlich nicht so wirklich schwer an. Aber wir haben wieder mehr als vertragen können. Wir haben wieder weniger diesmal. Weil... Ich weiß nicht wie das kommt eigentlich. Wahrscheinlich wie immer wieder wiederbeleben oder so. Und möglichst... Möglich sein. Aber mit Angriff haben wir immer kein Problem mehr. Das war's dann. Okay. Das heißt... Wir haben da weniger als wieder vorher. Ja ganz komisch. Einer fehlt wieder. Ne. Zwei. Es fehlen sogar zwei. Ja. Was soll man da jetzt sagen zu? Das ist interessant eigentlich. Wenn man das mal betrachtet. So. Wieso habe ich das wieder weniger als vorher? Ich verstehe es nicht. Die Forschung ist abgeschlossen, Meister. Keine Ahnung. Gut. Eigentlich wäre ja die Trolle zwar besser. Jetzt für die Belagerung eigentlich. Weil die sich selbst heilen können. Aber... Ich kann mir keine mehr packen. Sieht ihr hier. Ja voll. Oben hin. So. Kommen die. Und das heißt. Wir können ja ausrücken. Ich werde auch die mitnehmen. Entsprechend... Mich da einmal hinbegeben. Das wird eine Weile dauern. Wir werden jetzt langsam unseren letzten Anruf vorbereiten. Zumindest... Ich denke es wird der letzte Angriff sein. Ob der letzte Angriff wirklich sein wird. Weiß ich nicht. Aber... Ich hoffe es. Ja... Bis es lang... Bis es lang... Bis es lang... Bis es lang. Bis es lang genug. Wenn auch nicht so lang, glaube ich. Wie die anderen. Wie vorher. Mit der falschen Strategie. Äh... Aber das ist echt... Gegen die KI. Wahre Wunder. Wunderwerk, ey. Diese Viecher. Ja... Bei der... Bei dieser Rasse. Zumindest auf Schwierigkeitsgrad normal. Ob es... Ja... Hard anders aussieht. Weiß ich nicht. Jo... Okay. Die greifen uns nicht an. Wir haben immer genug Verluste erlitten. Und dann... Ja... Man muss sagen... Wenn mal dauert... Das dauert eine Weile. Sind ja die ganz schnellsten. Aber... Dafür haben wir halt... Paar Belagungsmaschinen. Ja... Maffall... Ja... Ursprünglich war es so... Zwei Gruppen davon. Und dann... Äh... Ja... Ich habe hier noch welche. Übrigens... Aber... Kann ich ja nicht mitnehmen. Muss ich jetzt ohne machen. Reicht eh locker. Müsste eigentlich reichen. Ja... Hätte ich aber noch mitnehmen können. Aber es würde auch zu lange dauern, bis sie da sind. Deswegen... Jetzt sind sie halt... Die Bar ist schon längst platt. Im Idealfall. Ja... Okay... Jetzt werden wir mal von oben rein. Wir kommen von... Bei jedem Angriff aus einer Richtung. Da... Aus geht's. Siehforschung ist abgeschlossen. Ich bin schon ein bisschen angeschlagen hier. Oh... 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 Iya... Oh... равg disadvantage. Oh... Wahnsinn... wir dürfen jetzt keinen fehler machen war gerade so gut ich bin hier alles ewig geblieben sind alle tot ja ja wanger ist jetzt ein armer haben wir erledigt die forschung ist abgeschlossen meister wir werden ja trotzdem einen kurzen prozess mit dem machen ich sage ja eine riesenbasis denn jetzt nachher wir werden angegriffen unsere ständer werden angegriffen ohne wo ist der fein keine zeit zu verlieren Uuuuuh! Da hab ich mal richtig Glück gehabt, wa? Da hätte doch richtig schief gehen können. So. Okay, dann haben wir den letzten Ball auch rausgenommen, äh, ja. Ja, wie mach ich das jetzt? Wie sind überall diese Türme? Wie komm ich jetzt nach oben? Könnte mich nicht durchbuddeln theoretisch, aber... Da muss es irgendwie ne Möglichkeit geben. Irgendeinen Weg? Weil das ist ja alles unten drunter, aber ich komm ja nicht wirklich... Da haben wir endlich mal diese Basis erlegt. Kommt noch einer, ist da immer noch. Aber wie mach ich jetzt diese Dinger platt? Diese Türme, wie komm ich jetzt nicht vorbei? Hab ich noch nicht so ganz kapiert. Hier ist... Hier ist auch ein Dingens... Ich kann mal nicht sagen, dass ich da so oft diese Weile durch muss. Kann doch nicht wahr sein, dass es auf diese Weise gehen muss. Kann doch nicht sein. Dass es nur auf diese Weise geht. Der Feind kräuft uns halt. Der Feind kräuft uns halt. Unsere Stände werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Ich trage das Licht. Wir können ja commencé mal hier. Ja... Wir können ja nur von da unten durch... Ja, wir haben alles verloren du siehst ja nicht. Und wegen letzter Angriff... Kommt noch was... Unsere Spender werden angegriffen. Wir müssen nicht alle! ja ich brauche mehr gold besser und besser aber ich habe ein paar schwertkämpfer hier eigentlich nicht das problem ich muss ein paar schwertkämpfer her holen aber so kann doch nicht sein dass wir nur diese methode durchkommen klar könnte sich durchbuddeln das geht ja auch nicht aber ich habe jetzt aber momentan nichts mit größeren angreifen aber warte mal mach mal ein phoenix nehme ich jetzt mal zur aufklärung um da wieso zu gucken muss irgendwie die möglichkeit geben da durch zu kommen abgesehen von einem tunnelbau weil ich ja dann hier ein dinge zu bauen könnte kein problem aber ja bisschen beunruhige trotzdem alles kann ich sein dass man nur auf diese methode da durchkommt es muss doch irgendeinen anderen weg geben da durchzukommen weil unten kann nur nichts anhaben ja schön aber man kommt ja nicht heran ja ich gucke jetzt auch vorbei das hing an so einer reichweite gibt es gar nicht das muss eine möglichkeit geben da ohne sich darum durch zu kämpfen wirklich durch kämpfen wir zu müssen aber ich bin nur so eine hohe reichweite diese teile aber das ist kein thema diesen angriff kommen ab werden die mitweil hier auch läuft auch ganz gut ich denke der pult ist auch noch dabei was mache ich mit ich muss irgendwie eine möglichkeit haben irgendwas ich mir fällt gerade nichts ein ehrlich gesagt ohne dass ich mich auch für gewalt auf gewaltsame art und weise hier auf gewaltsame art und weise da durch kämpfen muss habe ich hier noch mehr wo mehr einheiten übrigens das kann noch nicht alles sein so das ist kein problem mehr können wir alles abwehren die angriffe aber ich komme noch trotzdem nicht durch ja ich weiß momentan noch nicht genau wie das gehen soll ehrlich gesagt wo ist ja der unterschied ob ich unten rein gehe oder von unten aber wo ist ja nicht wenn ich jetzt von hier angreifen oder von wenn ich hier von vorne rangehe nur sind da vielleicht in der rand bin okay aber ist ja nicht der sinn der sache oder kein thema für unsere paar krieger ich lebe um zu dienen also ich mitmachen so ich werde ein paar an ort auspusten machen unten ist ja kein thema das red auch alles wunderbar hier ist auch kein problem verliebe ich auch mir zu viele einheiten eigentlich nicht ich werde immer besser auch grüße ist ja wie gratis erfahrungspunkte ja und dann kann ich nichts weiter machen auch wieder aufzubauen ja wie gesagt ich kann auch von hier angreifen aber irgendwie kann doch nicht der sinn der sache sein kann ja nicht der sinn der sache sein eigentlich wenn ehrlich ist so kommt da noch einer ja ja meister hier du machst dich mal da mal breit fließt der feind greift uns an ja das läuft ja uns gut aber was soll ich tun ist ja eigentlich gesagt nichts was irgendwie toll wäre aber ich momentan trotzdem keine ahnung habe kein plan wir werden angegriffen ja Ich werde unruhig. Das wird direktes Segen. Für die Ehre. Ja. Immerhin im Wechsel. Das ist eigentlich kein Problem eigentlich. Eigentlich kein Problem wenn man ehrlich ist aber man kommt trotzdem nicht voran. So. Okay. Hier ist wieder eine Gruppe voll. Voller Champions. Oder Eliteeinheiten wenn man es halt so nennen möchte. Wir werden angegriffen. Wirklich kein Thema. Mit 4 Ritteln geht das schon. Die werden auch immer stärker. Also auch kein Problem. So. Was sieht es hier aus? Katapult läuft auch. Katapult Produktion. Katapult Produktion. Ah. Na. Noch ein paar mehr. Ein paar mehr. Vielleicht sollte ich noch ne Hypnomwerkstatt basteln. So. Na. Was du hier als Verschwenden an Einheiten ist ja unglaublich. Wir haben trotzdem höhere Verluste als wir. Nehme ich an. Nehme ich zumindest an muss ich sagen. Ja. Ja. Du brauchst doch ne Hypnomwerkstatt. Noch eine zweite. Dauert das noch länger als es eigentlich dauern müsste. So. Was sindtoberb Material! ulent Tоч匙. Dä Permen Ment attraction. Da noch ein stadt abges alle. Dämen. Oh nein! Jenny hat es zu stehen.